Liebe Eintracht-Fans, wir sind gleich da. Unter uns liegt die Stadt Bordeaux und neben mir sitzt der Kapitän des Fliegers. Ja und wie ist es denn eigentlich so eine Eintracht-Mannschaft zu fliegen? Also wir haben uns schon lange Zeit auf den Flug gefreut. Es ist eine sympathische Mannschaft. Wir finden das eine tolle Sache. Für uns ist es auch sehr aufregend, mal was anderes und freuen uns auf den Flug und natürlich aufs Spiel morgen. Hoffen wir, dass wir gewinnen. Was ist Ihr Tipp? Ganz sicher gewinnen wir. Also wir haben 2-1 getippt. Bernd, was du? 3-1. Wir sind ganz zuversichtlich. Ich glaube, das schaffen sie auf jeden Fall. Das wollen wir doch hoffen. Ja und liebe Eintracht-Fans, wir würden gerne wissen, falls ihr schon in Bordeaux seid, wo müssen wir denn hinkommen? Wo sind die Hotspots, wo sind die Kneipen, wo sind die Bars? Schreibt es runter unter in die Kommentarfunktion bei Facebook. Wir sehen uns dann später in der Stadt Eintracht Frankfurt International. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020